Was ist denn das? Hier, der Marco macht einen Vierer. Der ist voll jung. Der andere? Wie kennst du den? Nein, 1999. Na, ist der Griechmann, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, ich glaube so weit als bisher. Ja, ja. Warte, kennst du den? Auf den Axel, 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 Axel! Axel, Axel, komm, schieb nach vorne! Stefan, kennst du den Film Männerherzen? Ja. Kennst du den ersten Teil? Da muss ich jetzt sagen, hey, die Frau ist schwanger und sie kriegt beides. Wir bekommen einen Zwinner ein. So geil die Szene. Hey! Wir bekommen einen Zwinner. Marco, wer freist hier? Komm! Finger frei! Alben, Marco kann so lächerlich ringen. Komm! Bitte bei nehmen! Du meinst lästerlich. Lächerlich ist halt anders. Ja, lästerlich. Ja, das ist lächerlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hole. Stefan könnte richtig moderater werden. Ich bin spitzig. Wurde verschwindet? Ne, ich habe es im Alter. Schnell mal hoch, wenn du die Wurzern hast! Weg! Weg vom Griff! Kopfwende, Kopfwende, Kopfwende! Suplex, suplex! Der andere halte sich aber gar nicht mal so schlecht. Okay, Marco, aber die letzte 1 Euro dran. Wieso? Marco war richtig krank. Kippigkeit, kotze wie normal war es. Hingegen war es gut, nämlich letzte Woche war es echt viel krank. Ey! Alter, nein, ich habe getroffen. Scheiße! Du bist... Sorry, ich bin kein Kameramann normalerweise. Danny macht das normalerweise. Der Kameramann ist nicht der, der alles sagt. Das war so ne gute Dinge für's Meile. Ah, das war richtig geil. Oh, Marco! Komm, Marco! Kein Zeit! Gib mal Gas! Komm, Marco! Freistil! Wäre schön aufrecht! Weiter, weiter! Oh, jawoll! Vier! Salve! Applaus vào